Hallo, ich melde mich nochmal, es soll ja keine absolute Stille vor dem Finale herrschen und deshalb ist hier nochmal ein kleiner Aufruf und zwar wenn ihr da so zuguckt und ein bisschen Bock auf ein Bonus Battle habt, dann melde euch einfach mal hier, schreibt es ein bisschen in die Kommentare, dann werde ich so ein bisschen mit euch in Kontakt treten, sagt einfach nochmal Skype Namen oder so, schickt mir eine Nachricht, E-Mail, was auch immer und wenn ihr ein Bonus Battle machen wollt, vielleicht sogar schon einen Gegner habt und quatscht euch das mit euch untereinander ab oder so, auf jeden Fall nur, dass ihr wisst, wenn ihr ein Bonus Battle machen wollt, meldet euch, denn sonst haben wir komplett Langeweile bis zum Finale und das will ja keiner, es geht dann auch zwischen Hin und Rückrunde ein bisschen was, wenn einer will, also mal gucken, ob sich jemand meldet für ein Bonus Battle oder vielleicht mehrere Bonus Battle, wer weiß, wer weiß und ja, dann würde ich sagen, war es auch schon, extrem langes Video und und schreibt es in die Kommentare, ich will Battle 10, battle, 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 battle battle, battle, battle und der Gewinner, des Preises für die behinderte abmoderation ist da ich kann es lesen moment das ist mobile rap battle auch dankeschön dankeschön ja gut dankeschön ihr habt womit habe ich das nur verdient oh mein gott ich bin so aufgeregt mir kommen gleich die tränen oh mein gott da kommt schon die erste träne na toll da ist sie dankeschön also ich muss sagen ich bin echt gerührt dass ich das noch erleben darf das kidding